Beim WM-Quali-Klassiker Brasilien-Argentinien kam es zu Corona-Chaos-Szenen. Denn nach nur sechs Minuten Spielzeit wurde der Klassiker von der Gesundheitsbehörde abgebrochen. Grund argentinische Spieler machten bei der Einreise nach Brasilien offenbar falsche Angaben, um die Quarantäne zu umgehen. Wer etwa aus England kommt, muss 14 Tage in Isolation. Trotzdem standen gleich drei England-Profis in Argentiniens Startelf. Insgesamt vier Spieler sollen ausgewiesen werden. Außerdem droht eine empfindliche Geldstrafe für die Argentinier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017